Sind Sie auch auf der Suche nach einer Autowerkstatt, bei der die Leistungen stimmen und die Preise im Rahmen bleiben? Dann sind Sie beim Opel und Suzuki Partner Köffler und Ernst in Tullnerbach-Pressbaum genau richtig. 20 top-versierte Mitarbeiter bilden die Grundlage des bereits 1921 gegründeten Betriebs. Egal ob beim Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens, bei der Abwicklung von Leasingverträgen oder einer routinemäßigen Kfz-Überprüfung. Bei Köffler und Ernst sind Sie stets bestens beraten. Durch das äußerst umfangreiche Ersatzteil- und Zubehörlager können unter anderem Unfallinstandsetzungen sowie Havariearbeiten rasch und unkompliziert durchgeführt werden. Insbesondere bei Sonderwünschen und in dringenden Fällen macht sich die flexible Struktur von Köffler und Ernst bezahlt. Überzeugen auch Sie sich vom vielseitigen Leistungsangebot des niederösterreichischen Meisterbetriebes und informieren Sie sich bereits vorab unter www.köffler.eu.